Es wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis Psychedelika wirklich angekommen sind und fest mit unserer Kultur verwoben sind. Also ich rechne da schon mit einigen Jahrzehnten, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei der zweiten Solo-Episode auf dem Set & Setting Podcast. Hier ist Jascha von Set & Setting. Wer hätte es gedacht? Und heute sprechen wir mal über ein paar Themen der Psychedelik und der psychedelischen Kultur. Ich möchte nämlich auf verschiedene Fragen der Set & Setting Community eingehen. Es geht zum Beispiel um das Thema Loslassen, um den Ablauf eines psychedelischen Trips, um die psychedelische Kultur, um Traumata und noch mehr. Wenn du auch der Set & Setting Community beitreten möchtest, dann kannst du gleich nach dieser Episode in den Shownotes über den Link auf unsere Facebook-Gruppe kommen und dich dort anmelden. Wenn du beitreten möchtest, dann gib dir bitte aber auch Mühe bei der Bewerbung sozusagen, weil es wirklich wichtig ist für uns, dass bei dieser Community nur Menschen sind, die sich wirklich ernsthaft mit der Psychedelik auseinandersetzen und diese Substanzen wahrhaftig als Werkzeug für die eigene Weiterentwicklung verwenden möchten. So, und da gab es einige spannende Fragen in den letzten Tagen, in letzter Zeit, auf die ich jetzt einfach mal eingehe. Und lasst uns einfach mal loslegen. So, und hier haben wir die erste Frage von Cyril. Und die Frage ist, wie kann der typische Ablauf eines psychedelischen Trips aussehen, um möglichst viele Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen? Alles klar. So, das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage, denn ich glaube, in der Psychedelik glauben wir immer, dass es einen bestimmten Weg gibt, mit dem wir die besten Ergebnisse sozusagen bekommen. Und so ist es natürlich überhaupt nicht. Das sehen wir natürlich auch daran, dass diese Substanzen wirklich von vorne bis hinten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Das hat auch damals Albert Hoffmann sehr überrascht, als er LSD entdeckt hatte und es dann von seiner Firma Sandoz an alle möglichen Psychiater und Wissenschaftler rausgeschickt wurde. Und dann wenig später auch das Labor verlassen hatte und plötzlich auf der Straße zu finden war, hat ihn doch sehr verwundert, dass es alle möglichen Menschen zu konsumieren scheinen. Albert Hoffmann dachte damals nämlich, ja, das werden wahrscheinlich nur Künstler, Maler, Zeichner, Musiker einnehmen, um wirklich ihrer Kunst noch ein Stückchen näher zu kommen. Und die Ästhetik in dem, was sie produzieren, noch besser rüberbringen zu können. Ja, weit gefehlt, mein lieber Albert. Damals in den 60er Jahren wurde dann schon recht schnell klar, ja, scheinbar kannst du Psychedelika auch missbrauchen. Du kannst wirklich, ja, Scheiße damit bauen. Und ich glaube, das ist auch das, was zum letztendlichen Verbot geführt hatte, da diese Substanzen, obwohl sie natürlich sehr viel Nutzen für die Persönlichkeit, für die Heilung von Krankheiten und so weiter haben können, sie trotzdem auch große Gefahren haben. Und damit wir das jetzt verhindern können, damit wir möglichst sicher einen psychedelischen Trip gestalten können, gilt es natürlich sehr, sehr viel zu beachten, aber vielleicht auch gar nicht so viel. Es gibt natürlich schon einige Faktoren, die besonders entscheidend sind. Wenn du jetzt, so wie du es gefragt hast, Syriel, wenn du jetzt psychedelische Substanzen einsetzen möchtest, um Erkenntnisse zu generieren, dann ist es erstmal nicht ganz so wichtig, in welchem Setting du das machst. Also ob du das jetzt wirklich machst, indem du zu Hause liegst, dir eine Schlafmaske aufziehst, Musik anmachst und tief in deinen eigenen Geist reißt oder ob du auch im Wald umherläufst oder so. Letztendlich diese Substanzen generieren schon von ganz automatisch Erkenntnisse, vor allem für Menschen, die gerade erst damit anfangen. Da ist natürlich sehr viel, was sich im Unterbewusstsein befindet, was dann dadurch an die Oberfläche gelangt. Ich denke aber, hier geht es natürlich auch wieder um Effizienz, bedeutet, wenn es wirklich darum geht, dass wir diese Substanzen zur persönlichen Weiterentwicklung verwenden wollen, sollten wir einige Dinge beachten. Beispielsweise sehe ich tatsächlich für Erkenntnisse, also für, wenn ihr jetzt gewisse Probleme, gewisse Blockaden in eurem Leben habt, irgendwie Unklarheit herrscht. Wenn ihr nicht wirklich wisst, was jetzt eigentlich das Problem ist, aber ihr genau wisst, da gibt es Dinge, die ihr gerne überwinden wollt, dann empfehle ich tatsächlich die klassische Einnahme zu Hause. Es gibt letztendlich zwei große Settings. Es gibt extrovertierte Settings und es gibt introvertierte Settings. Das bedeutet Orte, an denen ihr psychedelische Erfahrungen machen könnt. Und extrovertierte Settings sind beispielsweise eine Party, aber auch Natur. Natur ist super extrovertiert. Bedeutet, es geht vor allem darum, dass unsere Sinneswahrnehmung von außen, also Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, dass diese durch die Abschwächung der im Alltagsbewusstsein sehr vorherrschenden Filter verstärkt werden. Und durch die Verstärkung der Sinne kommt natürlich viel mehr rein. Das heißt, wir sehen plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben, hören plötzlich Details in Musik oder auch im Windrauschen, die wir vorher gar nicht wahrnehmen konnten. Und deswegen ist es natürlich oft in der Natur sehr sinnvoll, wenn wir sowas erreichen möchten, solche Substanzen zu konsumieren, weil wir dann wirklich in die Schönheit der Natur eintauchen können. Und das ist, wie gesagt, ein sehr extrovertiertes Setting. Und da dürfen wir uns aber dann nicht wundern, dass die Persönlichkeitserkenntnisse, nach denen wir vielleicht auch suchen, nicht zwangsweise dann kommen. Wir werden natürlich die Schönheit der Natur auf eine nie dagewesene Weise wahrnehmen. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile, vor allem um der Natur näher zu kommen, um dem näher zu kommen, was wir sind, wo wir hingehören. Und diese Erkenntnisse können sich natürlich dann auch wieder übertragen auf persönliche Erkenntnisse. Wenn es aber jetzt wirklich darum geht, dass du sagst, hey, ich möchte diese Substanzen gezielt einsetzen, um mein Leben zu verbessern, um mich selbst besser kennenzulernen oder um Fähigkeiten zu verbessern, zum Beispiel Fähigkeiten zur Verbindung zu mir selbst oder anderen, dann empfehle ich dir ein introvertiertes Setting. Und mit introvertiertem Setting meine ich vor allem, dass es in dich selbst geht. Das heißt, dass die Sinne, die verstärkt werden, und das sind letztendlich alle, dass die vor allem nach innen gerichtet werden. Das heißt, dass wir uns abschotten von der Außenwelt und sozusagen mit unserem Gehirn allein sind, um das jetzt mal so auszudrücken. Und da bietet sich natürlich eine Erfahrung zu Hause oder in einem begleiteten Setting, bei einem Retreat etc. am meisten an. Und hier kommt jetzt der springende Punkt. Auch wenn wir zu Hause sind, ist es oft ein extrovertiertes Setting, weil zu Hause gibt es auch viel zu sehen. Es gibt einen Fernseher, es gibt Sofas, Schränke, Bilder, andere Menschen. Und diese anderen Menschen sind nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar, spürbar. Und sonst gibt es ja auch noch ganz viele andere Sinneseindrücke, die uns zu Hause beeindrucken können, aber auch ablenken können. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht ist, aber wenn es jetzt rein um den Effizienzgedanken geht, also wie können wir das am besten machen? Ich rede jetzt hier wirklich von der bestmöglichen Möglichkeit, Psychedelika für die eigene Entwicklung einzusetzen. Und es hat auch seinen Grund, dass bei den allermeisten Retreats, seien es Ayahuasca-Retreats oder Psilocybin-Retreats, dass die Menschen dort in einem eher ruhigeren, dunkleren Setting sind, damit sie die Möglichkeit haben, wirklich tief in sich selbst zu reißen, nicht so sehr von anderen abgelenkt zu werden. Und die beste Möglichkeit, sich da sozusagen abzuschotten, sind meiner Ansicht nach Kopfhörer erst mal, um Musik zu hören. Es gehen auch Lautsprecher, wenn es ansonsten ruhig ist in dem Raum, in dem ihr euch befindet. Und das Zweite ist tatsächlich eine Schlafmaske. Das sehen wir auch in der psychedelischen Therapie, also bei der Menschen mit Krankheiten therapiert werden, dass die Menschen dort eine Schlafmaske aufhaben. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil wir könnten natürlich auch einfach unsere Augen zumachen. Es ist jetzt nicht so schwierig, seine Augen zuzumachen und dann in der Erfahrung entlang zu schweben. Allerdings macht das wirklich etwas ganz Besonderes mit unserer Wahrnehmung, wenn wir wissen, dass wir die Augen gar nicht erst öffnen können. Das ist ein großer Unterschied verglichen mit, wenn wir die Augen theoretisch öffnen könnten. Das bedeutet, allein dieser Gedanke, dass wir sie öffnen könnten, macht scheinbar was, mit der Fähigkeit loszulassen und noch tiefer in uns zu reisen. Und was da besonders interessant ist, ist, wenn wir diese Schlafmasken aufziehen, vor allem wenn wir es alleine zu Hause machen oder mit einer Begleitung, ist, dass unser Ego das nicht mag. Also irgendwas in uns mag das manchmal nicht so. Das heißt, da kommt dann oft sowas wie, ich möchte die Musik ändern. Ich möchte kurz aufstehen. Ich möchte die Schlafmaske kurz ablegen. Und das sind dann alles so Abwehrmechanismen. Deswegen ist es besonders schwierig oft tatsächlich am Anfang, mit dieser Schlafmaske so eine Erfahrung zu machen. Gerade für Menschen, die das noch nie gemacht haben. Weil das ist absolute Intro-Perspektive. Mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht in dich selbst reißen, wenn der Sehnerv komplett abgekapselt wurde und auch das Hören in die Musik eingetaucht wurde und du einen Ort hast, beispielsweise auf dem Sofa liegend, an dem allgemein sonst nicht viele Sinne in dich reinkommen. Das bedeutet, du bist so allein mit deinen Gedanken, dass es praktisch fast unausweichlich ist, dass du mit Dingen konfrontiert wirst, die du womöglich sonst noch nicht gesehen hast oder sonst noch nicht davon wusstest. Und das ist, wo der Schatz begraben ist. Das ist der Schatz der Psychedelik, dass wir Dinge wahrnehmen können, die wir im Alltagsbewusstsein vielleicht übersehen. Und ja, das möchte ich jetzt eigentlich vor allem mitgeben, diese Technik des introvertierten Settings. Letztendlich geht es darum, zu deiner Frage nochmal, um möglichst viele Erkenntnisse über sich selbst machen zu können, ist ein wichtiger Punkt, Sinne weniger werden zu lassen. Zumindest, wenn es um die Erkenntnisse geht, die intrinsisch in uns funktionieren. Wenn es jetzt um die Erkenntnis geht, dass die Natur wunderschön ist und ich mich sehr naturverbunden fühle, dann ist es nicht zwangsweise besser, als wenn wir jetzt einfach in die Natur gehen. Oder auch für viele andere Erkenntnisse. Ich meine, ich habe die meisten meiner psychedelischen Erkenntnisse ohne Schlafmaske gemacht. Aber das ist ein guter Indikator dafür, umso weniger Extroversion da ist, umso mehr Introversion wird da sein. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und so, dann lass uns nochmal zur nächsten Frage kommen von meiner Freundin Isabel. Sie hat gefragt, was heißt loslassen? Du kannst das ja ganz gut. Wie geht das? Ja, das ist eine gute Frage. Wir reden ja in der Psychedelik immer wieder vom Loslassen. Na, du musst loslassen, loslassen. Du musst die Kontrolle abgeben. Loslassen, jetzt einfach mal als Definition, ist natürlich schwierig, das genau zu definieren. Aber ich denke da einfach immer an einen Abgrund und du hängst an diesem Abgrund und du hast noch eine Hand oben am Stein und du merkst, ja, da ist jetzt nicht mehr viel Kraft drin. Und dann geht ein Finger weg, noch ein Finger, noch ein Finger und du hängst noch an einem Finger an diesem Abgrund. Und diese ersten Finger loszulassen, das war noch nicht loslassen. Vollständiges Loslassen ist erst, wenn der letzte Finger wegkommt. Wirklich die Aufgabe der Kontrolle, das Aufgeben des Selbst, des eigenen Willens, der eigenen Gedanken, der eigenen Psyche, des eigenen Bewusstseins, einfach alles. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass sehr, sehr viele Menschen, die bereits psychedelische Erfahrungen haben, noch nie wirklich losgelassen haben, komplett losgelassen haben. Weil Psychedelika zwingen dich jetzt nicht zwangsweise zum vollständigen Loslassen. Du kannst auch loslassen, aber immer noch irgendwo ein bisschen die Kontrolle da haben. Gerade wenn es jetzt bei nicht so hohen Dosierungen ist, aber auch selbst bei hohen, gibt es Möglichkeiten, ja, noch in gewisser Weise da zu sein und da zu bleiben. Daran lässt sich auch sehr gut feststellen, wie sehr ein Mensch loslassen kann. Bedeutet, an der Intensität einer psychedelischen Erfahrung nämlich, können wir sowas ablesen. Aus meiner Erfahrung ist es nämlich so, dass Menschen, die bei einer gewissen Dosis noch gar nicht so viel spüren, beispielsweise bei 200 Mikrogramm LSD, sagen sie, ja, ich spüre jetzt schon was und es ist definitiv was da, cool. Und ja, die Musik hört sich besser an. Und ja, hier bewegt sich alles so ein bisschen. Aber bei 200 Mikrogramm LSD sollte sich das Ego schon in gewisser Weise so einen Teil verabschieden. Da sollte mehr drin sein, als die typischen psychedelischen Effekte, die wir auch schon bei 80 Mikrogramm feststellen können. Und daraus könnt ihr dann auch wirklich genau sehen, wie gut ihr loslassen könnt. Das ist natürlich jetzt keine allgemeingültige Regel, aber macht euch bewusst, dass umso mehr ihr spürt von Psychedelika, umso weiter seid ihr in eurem persönlichen Prozess und umso besser könnt ihr loslassen. Das ist so ein direkter Indikator dafür. Aber was heißt jetzt loslassen? Was heißt es denn genau? Ich würde es jetzt mal auf die Psychedelik erstmal an sich beziehen. Während einer psychedelischen Erfahrung passiert ja Folgendes, dass unser Ego unsere Persönlichkeitsstrukturrisse bekommt und auseinanderbröckelt. Aber diese Persönlichkeit möchte das natürlich nicht, weil für unser Ego gibt es keinen Unterschied zwischen einem physischen und einem psychischen Tod. Es gibt keinen Unterschied. Bedeutet, dass Menschen, die kurz vor einem Ego-Tod stehen und sich mit aller Kraft dagegen wehren, glauben, sie sterben physisch. Und das ist sehr spannend, wenn ihr das mal miterlebt bei solchen Erlebnissen. Die Menschen wissen vorher, ganz rational, ich kann hier nicht sterben. Hier sind Leute, die auf mich aufpassen. Es ist noch nie jemand gestorben von dieser Substanz. Noch nie. Ich weiß, dass ich davon nicht sterben kann. Und dann, einige Zeit später, sagen sie Hilfe, ich sterbe. Oh nein, ich will nicht gehen. Ich sterbe wirklich. Ich sterbe wirklich. Versteht ihr? Es ist sozusagen nicht mehr rational. Dieses Ego, das da schreit, diese Persönlichkeitsstruktur oder Ausprägung, die hier nicht gehen möchte, hat keinen Zugriff jetzt mehr darauf, was rational ist oder nicht. Und das ist das Schwierige bei der Psychedelik, dass wir im Moment des Loslassens oft nicht wissen, dass wir jetzt nicht wirklich gehen müssen, dass wir jetzt nicht wirklich sterben müssen oder die Welt verlassen oder wie auch immer. Also jetzt bei einer Ego-Toderfahrung. Aber das muss auch nicht unbedingt bei so hochdosierten Sagen sein. Wir können auch schon bei 100 oder 150 Mikrogramm LSD oder bei 2 bis 3 Gramm Pilzen das Loslassen üben. Nämlich immer, wenn wir beispielsweise negative Emotionen verspüren. Und das kommt bei den meisten psychedelischen Trips vor. Es kommen Phasen vor, in denen gewisse Ängste oder andere Sachen auftauchen. Und da können wir auch schon das Loslassen üben. Und das ist auch genau das Zauberwort üben. Es ist wirklich eine Übungssache. Loslassen ist eine Übungssache. Psychedelika sind Übungssache. Bei mir persönlich war das auch so. Bei meinen ersten psychedelischen Trips war es wirklich noch eine reine Achterbahnfahrt. Und ich wusste noch gar nicht, was Loslassen eigentlich wirklich bedeutet. Ich bin einfach nur durchgezogen und durchgeschleppt worden und habe so meine Erfahrungen gemacht. Und mit der Zeit habe ich dann immer wieder so festgestellt, ah, wenn dieses Symptom kommt, dann muss ich es einfach passieren lassen. Bei mir zeigt sich sowas zum Beispiel durch die Atmung. Da gibt es so verschiedene Indikatoren, die zeigen, dass es jetzt Zeit zum Loslassen ist. Beispielsweise ist es bei mir, wenn die Atmung irgendwie schwerer wird und dann kriege ich Angst davor. Das ist dann die Angst davor, dass meine Atmung weniger wird. Und das ist eine typische, das sehe ich auch recht häufig bei psychedelischen Begleitungen, Abwehrreaktionen des Egos, sich über den Atem bemerkbar zu machen. Und da würde ich dann einfach empfehlen, tief zu atmen, einfach tief atmen und sich auf den Atem zu fokussieren und es einfach passieren zu lassen. Und da hat mir zum Beispiel auch Meditation sehr, sehr viel gebracht. Also wer wirklich Loslassen üben möchte, der sollte viel, viel meditieren, einfach jeden Tag meditieren, weil wir da auch ähnliche Bewusstseinszustände erreichen, natürlich in abgeschwächterer Form. Aber auch hier üben wir das Loslassen. Und wie sich Loslassen jetzt anfühlt, was heißt das? Für mich, ich kann natürlich nur auch von mir sprechen, fühlt sich das so an, als ob alle Muskeln aufgeben. Und das jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich jetzt zusammenklappe, ich kann auch, wenn ich stehe, loslassen. Aber jegliche Kontrolle hört auf. Ich kontrolliere meine Muskeln nicht mehr. Ich kontrolliere meine Gedanken nicht mehr. Ich kontrolliere meine Atmung nicht mehr. Ich lasse alles locker. Egal was passiert. Die Kontrolle ist weg. Und ich habe Vertrauen darin, dass das, was passiert, das Richtige ist. Egal was es ist. Egal wo ich bin. Egal wo ich zu diesem Zeitpunkt bin. Ich weiß, dass mein Körper, mein Geist, die Menschen um mich herum, das Richtige machen werden. Es wird alles gut. Und das sind die Erfahrungen, die wir eben machen müssen. Das ist schwierig, das in Worte zu fassen. Wir müssen Loslassen selbst erfahren. Wir müssen uns viel mit dem Thema beschäftigen und mit der Psychedelik und Erfahrung machen, bis wir vollständig dahinter kommen, was bedeutet Loslassen. Ihr werdet nicht bei den ersten psychedelischen Erfahrungen verstehen können, was Loslassen bedeutet. Das ist wirklich aus meiner Erfahrung nicht so, sondern das kommt dann einfach mit der Zeit, mit der Erfahrung. Und das Schöne ist, wenn wir das einmal im psychedelischen Bewusstseinszustand gemacht haben, dieses Loslassen, dieses, wie ich es gerade beschrieben habe, das alles in uns aufgibt, aber trotzdem natürlich weitermacht, trotzdem funktionieren wir, trotzdem bewegen wir uns, aber wir hören auf, es zu kontrollieren. Und das ist die Ich-Entkopplung. So fühlt sich auch eine Ich-Auflösung am Anfang an, dass wir auf einmal nicht mehr steuern. Und das ist auch oft das, was ich beschreibe, auch in meinen Videos beschreibe ich das ja, dass ich dem Film meiner eigenen Realität zuschaue. Bedeutet, wir gelangen vom Steuersitz, sozusagen einen Rang zurück zum Zuschauer. Wir schauen uns selbst einfach zu. Und diesen Schritt, diesen Übergang zu machen, das ist Loslassen bei Psychedelika. Und das Schöne daran ist, dass ich das dann auch aufs normale Leben, aufs Alltagsbewusstsein überträgt. Bedeutet, in jedem Moment, zum Beispiel auch jetzt, während ich spreche, spüre ich die Auswirkung dieser Fähigkeit, loslassen zu können. Mir nicht mehr Gedanken darum zu machen, was ich als nächstes sagen werde. Mir nicht mehr Gedanken darum zu machen, wer ich sein soll und was als nächstes passiert. Die Kontrolle darüber abgeben und vertrauen, dass alles, was jetzt passiert, seine Richtigkeit hat. Egal, ob es richtig oder falsch ist. Es kann auch falsch sein. Und dann lerne ich aus diesem Falschen und mache es das nächste Mal richtig. Das ist für mich nicht nur Freiheit, das ist für mich Befreiung. Befreiung des Egos, Befreiung von was auch immer. Und ich habe damit natürlich auch noch Schwierigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier der Guru bin und super bewusst durch mein Leben gehe. Überhaupt nicht. Aber diese Bewusstseinserfahrung haben mir so viel gezeigt, was Loslassen wirklich bedeutet. Und ich kann es vielleicht nicht so genau beschreiben, was Loslassen heißt, gerade jetzt im psychedelischen Zustand. Und ich kann nur sagen, es ist gut. Ja, und während ich das auch sage, merke ich wirklich, wie dieses Gefühl gerade in mir aufsteigt. Dieses Gefühl, wenn wir loslassen, es ist unbeschreiblich schön, wenn wir endlich die Kontrolle aufgeben über das, was wir glauben, wer wir sein sollen, was wir machen müssen. Das ist so schön. Und da bin ich so dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte und hoffe, diese Erfahrung, diese Fähigkeit auch weitergeben zu können. Und ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Isabel. Dann kommen wir zu Lenny. Lenny hat mich gefragt, wie kann man Traumata herausfinden? Ich schätze mal, dass ich natürlich welche habe, aber ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, richtig gute Frage, weil ja, ich meine, es gibt natürlich oft Menschen, die starke Traumata in ihrer Kindheit erlebt haben und es ist einfach klar, dass da früher viel passiert ist und deshalb haben sie jetzt gewisse Problemchen in ihrem Alltag. Und dann gibt es natürlich wieder Menschen, die sind sehr glücklich, die sind eigentlich zufrieden und alles ist gut, aber vielleicht gibt es trotzdem Situationen im Alltag, wo sie sich noch nicht ganz befreit fühlen, wo sie sich vielleicht doch noch so fühlen, als ob sie eine Maske tragen, doch noch irgendwie versuchen eine Rolle zu spielen, aber wir wissen es vielleicht gar nicht. Wie können wir innerhalb der Rolle sehen, dass wir gerade eine Rolle spielen? Ich meine, wir haben natürlich alle Rollen und Selbstkonzepte, die wir tagtäglich durchleben, welche auch ihren Sinn haben, aber da gibt es noch einen Unterschied zwischen ein echtes Selbstkonzept, also wie wir uns in gewissen Situationen verhalten sollten am besten und einer Maske, die unser Innerstes verstecken soll unbewusst. Und Traumata ist ein sehr großes Thema und wird vielleicht aber auch ein bisschen überdramatisiert. Ein Trauma wird immer so damit assoziiert, dass ich als Kind vergewaltigt wurde oder ich was ganz Schlimmes erlebt habe oder sowas. Ein Trauma ist aus meiner Sicht auch schon, wenn ich auf dem Schulhof abgelehnt wurde von einem Mitschüler, weil er gesagt hat, du bist doof. Das ist schon ein Trauma. Oder wenn ich in einer Situation von meinen Eltern vernachlässigt wurde und ich mich dann da allein gefühlt habe. Aber am nächsten Tag war es dann zwar nicht mehr so, aber das kann bleiben. Das kann auch schon ein Trauma sein. Und da würde ich gerne die allgemeine Traumata-Struktur, die von Stanislav Kroff entwickelt wurde, mal ein bisschen beschreiben. Der nennt diese Traumata-Struktur oder die Struktur, auf der sich unser Denken, unsere Psyche, unsere Persönlichkeit bezieht, der nennen sie Coex-Systeme. Und ein Coex-System ist sozusagen eine Aneinanderreihung von verschiedenen Erlebnissen deines Lebens mit demselben Thema. Beispiel, ein Thema wäre, du hast dich einfach vernachlässigt gefühlt, du hast dich da alleine gefühlt, wie auch immer, das wäre ein Thema. Oder ein anderes Thema ist Unzufriedenheit. Jemand war mit dir unzufrieden. Oder ein anderes Thema wäre, du warst zu emotional und bist deswegen ausgelacht worden. Also diese Scham, dieses Schamgefühl. Oder du hattest Angst. Du hattest Angst vor einer gewissen Situation in der Zukunft, die noch nicht eingetreten ist. Es gibt ganz viele verschiedene Themen so eines Coex-Systems. So ein Coex-System besteht ja wie gesagt aus vielen solcher Erlebnissen und es gibt eben ein Ursprungserlebnis und das ist oft sehr, sehr früh in der Kindheit. Bedeutet, das kann wirklich, wie gerade gesagt, auf dem Schulhof eine ganz banale Situation gewesen sein und das könnte der Auslöser sein. Oder teilweise sogar noch noch früher, als wir drei Jahre alt waren, als wir zwei Jahre alt waren, wenn wir noch so abhängig waren von der Liebe unserer Eltern, die letztendlich für unser Überleben entscheidend war und wir haben einfach rumgeschrien und waren ganz glücklich, waren sehr laut und dann sagen unsere Eltern so, hey, nicht so laut und dann waren wir ruhig und haben das in uns reingefressen. Das heißt, wir wurden da für eine starke Emotionalität sozusagen bestraft. Wir waren sehr stark emotional und wurden bestraft und das Trauma ist dann eben geblieben, nämlich dass wir, wenn wir emotional sind, bestraft werden. Und so ein Coex-System zieht sich dann halt durch. Das bedeutet, es ist aber auch irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Bedeutet, wenn wir dann irgendwann, ein Jahr später, wieder irgendwie in eine Situation kommen, wo sowas passieren könnte, dann bringen wir uns unterbewusst wieder in die Situation, dass es eben wieder genauso passieren wird, dass dieses Coex-System dieses Thema zutrifft. Beispielsweise Unzufriedenheit, wenn wir so ein Unzufriedenheitstrauma hatten und dann kommen wir ein Jahr später irgendwie wieder in so eine Situation und wir werden vielleicht unterbewusst schon so agieren, dass die andere Person unzufrieden sein wird, nur damit wir dem gerecht werden, was wir nämlich denken, was unser Selbstbild ist. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich rübergebracht. Also es geht letztendlich darum, dass wir, wenn wir mal ein Traumata haben, dass wir irgendwie immer wieder in dieses Traumata rutschen und immer wieder unser Selbstbild sich bestätigen möchte. Ja und so ein Trauma kann auch sein, dass wir in der Schule waren und wir wurden beim Kopfrechnen aufgerufen und wussten die Antwort nicht und irgendwie war das so ein peinlicher Moment für uns. Einen Monat später schreiben wir dann eine Arbeit und kriegen eine schlechte Note und unsere Nebensitzerin sieht das und sagt so, du hast ja voll die schlechte Note und 20 Jahre später wirkt sich das dann so aus, dass wir sagen, hey, ich hasse Mathe, ich bin einfach schlecht in Mathe. Und jedes Mal, wenn wir dann wieder eine schlechte Note kriegen, sagen wir, ha, guck mal, ich habe es euch gesagt, ich bin schlecht in Mathe. Es ist einfach so. Und natürlich werden wir dann, wenn wir mit diesem Selbstbild lernen, auch wieder eher schlecht lernen oder wir bringen uns gar nicht in eine Situation, in der wir von uns glauben würden, dass wir sowas lernen könnten, auf eine effektive Weise. Und das sind auch schon Traumata. Wie gesagt, diese kleinen Sachen können schon Traumata sein, die sich jetzt auf unser Leben auswirken. Und diese Traumata, also diese Koex-Systeme, haben immer einen Abwehrmechanismus. Bedeutet, jedes Mal, wenn wir wieder in solche Situationen geraten, die diesem Koex-System entsprechen, diesem Thema entsprechen, werden wir eine bestimmte Abwehrhaltung einnehmen. Beispielsweise kann es sein, dass immer wenn andere Menschen mit uns unzufrieden sind, dass wir dann dieses Gefühl wegschieben. Wir wollen das nicht spüren. Das könnte ein Abwehrmechanismus sein. Oder immer wenn wir schlecht in Mathe sind, dann werden wir laut und sagen, ja, ich habe es euch gesagt, ich bin schlecht in Mathe. Oder wir rauchen eine Zigarette. Oder wir essen ein Eis. Und, und, und. Es gibt ganz viele Betäubungs- und Ausfluchtmöglichkeiten. Und egal, welche Traumata wir haben, wir können sie ausfindig machen. Wir können sie finden und beseitigen. Und Stanislaw Kroff beschreibt das in seinem Buch auch recht interessant. Da hat er mit psychisch kranken Menschen gearbeitet, die sehr schwerwiegende psychische Störungen hatten, aber hat sie heilen können, indem er in ganz, ganz vielen LSD-Sessions immer tiefer in die Kindheit gereist ist. Und stellt euch Traumata, stellt euch das, was euch in der Vergangenheit passiert, ist auch immer wie so ein Käfig vor. Bedeutet, damals als dieses Trauma passiert ist, gab es eine Emotion, die ihr eventuell nicht spüren wolltet. beispielsweise dieses Gefühl von Unzufriedenheit oder von Scham. Ihr wolltet das nicht spüren, deswegen habt ihr es eingesperrt. Aber mit diesem Einsperren wird natürlich nicht nur diese Energie abgespeichert, sondern auch die ganze andere emotionale Ladung, emotionale Energie, die zu dem Zeitpunkt und seit diesem Zeitpunkt in euch vorherrscht. Bedeutet, wir können nicht einfach nur negative Emotionen wegdrücken, wegsperren. Es geht immer auch ein Teil der Positivität flöten. Und solche Traumata können dann sozusagen nachgeholt werden. Ihr könnt diesen Schmerz, den ihr damals nicht fühlen wolltet, nachholen. Und das ist richtig spannend, das habe ich bei mir persönlich auch schon öfters gemacht. Das können wir dann Trauma Release nennen oder wie auch immer wir dazu sagen. Und das hat sich für mich auch wirklich so angefühlt, als ob ich Emotionen nachholen kann. Und damit setze ich etwas in mir frei. Und plötzlich fühle ich mich viel befreiter, viel glücklicher und viel erfüllter, weil ich alte, verschlossene Energie wieder freisetzen konnte. Wie du Traumata jetzt genau finden kannst, ist eben eine Sache für sich. Und dafür sind natürlich Psychedelika sehr gut. Das heißt, sie helfen sehr dabei, in die Kindheit zu reißen. Sie helfen sehr dabei, unterbewusstes wieder bewusst zu machen. Und da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als du könntest dich hinlegen, eine Schlafmaske aufziehen, dir die Intention setzen, du möchtest Traumata in der Kindheit finden und dann mit einer psychedelischen Substanz deiner Wahl das tun. Fertig. Ich habe auch schon einige Traumata aus meiner Kindheit aufgedeckt und ich komme auch immer mehr dahinter. Es gibt alles immer mehr Sinn. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Person bist, die sagt, ich kann mich gar nicht so gut an die Kindheit erinnern, dann kann es gut sein, dass da doch noch einige Traumata liegen, dass da dort noch einiges ist, was freigelassen werden will. Und ich kann dir sagen, wenn du das machst, es ist wunderschön. Es bereichert dein Leben auf eine Weise, die du vielleicht gar nicht ahnen kannst. Das ist natürlich jetzt nicht zwangsweise so, wenn du dich schlecht daran erinnern kannst, aber das ist so ein Indikator dafür. Wenn du dich sehr gut an deine Kindheit erinnern kannst, dann muss es auch nicht unbedingt so sein, dass du, um Traumata zu finden, psychedelische Substanzen brauchst. Allerdings helfen die Substanzen dann oft, diese Traumata nachzuleben. Weil nur weil wir wissen, was das Traumata ist, heißt es noch nicht, dass wir es verarbeitet haben. Das heißt, Psychedeliker helfen sehr viel beim Verarbeiten, da sie nämlich diese Emotionen, die vergraben wurden, rausholen können. Und das ist nicht immer witzig und das ist überhaupt nicht witzig, muss man sozusagen bedeutet, da werden Tränen fließen, aber wie gesagt, es lohnt sich einfach. So funktioniert die Traumabearbeitung. Ich hoffe, das hat deine Frage etwas beantwortet, Lenny und wir machen weiter. Nämlich mit dem Paul. Paul fragt, wie siehst du die Rolle der Kultur in unserer zukünftigen Gesellschaft? Also welchen Stellenwert wird diese Kultur in Zukunft haben, ob es weiterhin eine Unterkunstszene bleibt oder ob es ein wichtiger Teil unserer Welt wird, von der alle profitieren und lernen können? Ja, ich werde jetzt einfach mal eine Zukunftsprognose machen, so wie ich das sehe. Ich bin jetzt sehr tief in dieser ganzen Kultur drin und habe da einiges an Informationen, mit der ich eventuell ein Bild zusammenbauen könnte. Also, wenn wir jetzt erstmal auf die Frage Legalität eingehen, dann scheint es ja so, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Es hat sich alles so ein bisschen beschleunigt. In Oregon, in den USA, sind sie ja doch schon recht weit, da dauert es einfach nicht mehr lange, bis Psychedelika, bis Psilocybin legalisiert wird für den psychotherapeutischen Einsatz. Bedeutet, es wird legalisiert definitiv in den nächsten, ich sag jetzt mal zwei bis vier Jahren in den USA und ich vermute dann in den nächsten drei bis sechs Jahren auch im europäischen Bereich und dann vielleicht auch noch irgendwann in Deutschland. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Da kommt aber bald auch noch ein Podcast zu diesen Studien, die gerade passieren und zur Legalisierung. Deswegen seid gespannt. Aber jetzt mal meine Meinung dazu. Ich denke, in diesem Zustand werden wir uns auch dann eine ganze Weile befinden. Also in dem Zustand, dass es einfach für die Psychotherapie zugelassen wird. Weil diese Studien, die aktuell ablaufen, beziehen sich natürlich vor allem auf die Psychotherapie. Dort funktionieren sie. Es gibt keine Zweifel mehr, dass psychedelische Substanzen ein extrem mächtiges Werkzeug für die Heilung psychischer Krankheiten sind. Punkt. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. So, aber wir wissen ja, deswegen mache ich das jetzt hier auch alles. Deswegen gibt es Set und Setting, weil ich genau weiß, dass Psychedelika nicht stark kranken Menschen enorme Vorteile haben können, sondern auch für uns normale Menschen. Ich habe jetzt gerade das Anführungszeichen mit meinen Händen gemacht, dass ihr das wisst. Denn wer ist schon normal? Für uns sieht es einfach so aus, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin in der Illegalität leben müssen. Es ist einfach so. Was sollen wir machen? Da können wir nichts kontrollieren. Das müssen wir einfach so akzeptieren. Aber ich genauso bei Cannabis, dass da immer mehr passiert. Und auch bei Cannabis ist eine breite Legalisierung nicht mehr so weit entfernt. Auch bei Cannabis ging natürlich der Weg über den medizinischen Sektor. Das wurde recht clever gemacht, dass wir diese Substanz erst mal medizinisch legalisieren. So bei Cannabis. Und dann von dieser medizinischen Legalisierung ist der Sprung zur kompletten Legalisierung nicht mehr so weit. Und genau das passiert jetzt einen Vorteil, dass wir tatsächlich viele Studien haben, die den medizinischen Gebrauch bestätigen und dessen Vorteile bestätigen. Das gab es bei Cannabis gar nicht so krass in diesem Ausmaß. Und das ist ein wirklich starker Bonus, der der psychedelischen Kultur hilft. Diese ganzen Studien, die gerade passieren und natürlich in den 60er und 70er und 50er auch schon passiert sind, die helfen uns da sehr, um diese Kultur voranzutreiben, weil wir leben in einer sehr wissenschaftlichen Welt. Ich meine, alles um uns herum ist Wissenschaft. Alles, alles, was wir benutzen, fast jedes Produkt oder sagen wir jedes Produkt, auch eine Banane ist komplett mit Wissenschaft durchzogen. Die Banane würde eigentlich nicht so aussehen und würde jetzt genau da bei dir liegen. Und in dieser Welt, in der wir jetzt leben, passt es natürlich gut rein, diese wissenschaftliche Sicht, die ich auch versuche, mit Psychedelika in die Welt zu tragen. Und aktuell befinden wir uns natürlich immer noch in einer Bubble. Das heißt, du kannst jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, hey, nimmst du Psychedelika, nimmst du Psychedelika. Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so, so viele Leute treffen. Aber ich denke, es ist erkennbar, dass diese Bubble wächst. Es ist einfach eine Bubble, die wächst. Wie beispielsweise Veganismus. Das war noch vor fünf Jahren war ich im Einkaufsland, da gab es so gut wie nichts, da gab es vielleicht ein Tofu und jetzt gibt es ganze Kühlregale voll mit vegetarischen und veganen Ersatzprodukten oder allgemeinen Speisen. Deswegen glaube ich, dass wir uns auf einem Weg befinden. Ich weiß noch nicht, wo der genau enden wird und wie das aussehen wird, aber es geht in die richtige Richtung. Und das ist doch alles, alles, was wir brauchen. Wir brauchen einfach nur Fortschritt. Und ich glaube auch nicht, dass die Psychedelik jetzt momentan noch in einer Untergrundszene wirklich ist. Das würde ich gar nicht so bezeichnen. Wenn wir jetzt vor 15 Jahren, wenn ich jetzt vor 15 Jahren auf YouTube Set & Setting eröffnet hätte, hätten die Leute mich für verrückt erklärt. Ich meine, das machen sie jetzt auch noch. Aber wir befinden uns einfach irgendwie in einer ganz anderen Gesellschaftsstruktur. Und das Internet tatsächlich trägt da extrem viel dazu bei, warum wir dieses Mal verglichen jetzt mit den 60er Jahren viel bessere Chancen darauf haben, dass Psychedelika einen wichtigen Teil in unserer Gesellschaft einnehmen werden. Psychedelika sind ja letztendlich, wenn wir es mal runterbrechen, Werkzeuge zum Verständnis unseres eigenen Geistes. Sie helfen uns dabei, uns selbst besser verstehen zu können. Und warum sollte so ein Werkzeug nicht in der Gesellschaft angenommen werden? Warum sollte jemand nicht wissen wollen, wie er selbst funktioniert? Warum sollte jemand nicht wissen wollen, wie er funktioniert und wie die Welt um ihn herum funktioniert? Das ist jetzt mal eine offene Frage, die werde ich jetzt auch nicht beantworten. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir gerade auf einem sehr guten Weg sind. Und das merke ich natürlich jetzt auch an Set & Setting. Ich meine, dieses Projekt ist jetzt in einem halben Jahr extrem gewachsen. Und ja, jetzt rede ich hier zu euch auf einem Podcast, überall bei euch im Ohr, wie geil ist das denn? Und ich rede hier einfach über psychedelische Substanzen, das Thema, das mich schon seit Jahren beschäftigt. Und genau deswegen habe ich eben auch das Gefühl, dass es keine Untergrundszene mehr ist. Hinz und Kunz haben inzwischen schon von Psychedelika gehört. Es gibt immer mehr Artikel in ganz bekannten Zeitschriften, die davon sprechen. Es gibt viele Fernseher-Reportagen von Arte zum Beispiel, aber auch von anderen Sendern, wie zum Beispiel RTL, da gab es ja mal dieses Jenke-Experiment und so. Klar, das war natürlich noch sehr, sehr einseitig und mehr so ins Negative gezogen, aber trotzdem gab es diese Medien, diesen Need. Und das finde ich eben sehr bewundernswert, dass das jetzt wirklich auch passiert. Wenn wir jetzt mal die Zeit vorspulen, sagen wir mal zehn Jahre. Was passiert in den nächsten zehn Jahren? Und ich glaube, das ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber ich glaube, dass vor allem eins jetzt immer mehr passieren wird. Zum einen natürlich die Aufklärung, die immer mehr wird durch das Projekt Set & Setting, aber auch durch viele andere Projekte, wie zum Beispiel den YouTuber Max von Hyperraum oder andere Online-Projekte, wie die Psychonaut-Wiki und noch ganz viel anderes, das jetzt immer mehr aus dem Boden sprießt, werden wir die Aufklärung immer weiter, weiter vorantreiben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil davon, die Aufklärung. Aber der andere Teil wird meiner Ansicht nach sein, die Begleitung von psychedelischen Erfahrungen, die Betreuung, Menschen dabei zu helfen, weil bei diesen Erfahrungen geht es vor allem um Verbindungen. Es geht darum, dass wir uns zu uns selbst verbinden und zu anderen. Und dieser Punkt mit wir wollen uns zu anderen Menschen verbinden, funktioniert natürlich nur, wenn da auch andere Menschen sind, zu denen wir uns verbinden können. Sei es jetzt, um mit ihnen über Psychedelika zu reden oder sei es auch allgemein uns mit ihnen emotional zu verbinden, uns öffnen zu können. Und um uns öffnen zu können, müssen wir natürlich auch öffentlich über solche Erfahrungen reden können. Deswegen glaube ich, dieser Gemeinschafts- und Betreuungs- und Begleitungsaspekt, der wird in den nächsten zehn Jahren immer größer, immer größer. Großes Stichwort ist dabei Retreats, also Rückzug auf Deutsch jetzt gesagt. Bedeutet, das sind Orte, ob das jetzt irgendwelche Retreat-Center, ob das irgendwelche Häuser sind oder was auch immer, zu denen Leute hingehen können und eine solche Erfahrung in einem professionell begleiteten Setting machen können. Und nicht nur das, nämlich dort auch Verbindungen schaffen können, Verbindungen zwischen den Leuten, die dort sind. So ein Retreat-Center ist sozusagen wie ein perfektes Umfeld für Psychedelika, bei denen wir nicht nur in uns selbst reisen, sondern damit auch zu anderen Menschen reisen, um das jetzt mal so auszudrücken. Und das glaube ich, dass das jetzt vor allem passieren wird, dass immer mehr Retreats erscheinen werden. Ich meine, es gibt schon so viele Retreats, es gibt viele im Untergrund, gerade in Deutschland, aber in Holland gibt es auch sehr, sehr viele legale Retreats, die immer mehr werden, beispielsweise das Synthesis-Retreat, aber auch ganz viele andere, die europaweit tätig sind oder auch in Amerika. Der Stellenwert aber, wie du gefragt hast, den diese Substanzen haben werden, schätze ich als enorm hoch ein. Wenn wir uns mal die verschiedenen Kulturen in Südamerika oder Südafrika etc. anschauen, bei denen Psychedelika eine wichtige Rolle in der Initiation der Stammesmitglieder oder auch zur Heilung haben, dann können wir schon sehen, welche Stellenwerte sie auch bei uns haben werden. Gerade in unserer, ich nenne es jetzt mal, recht schnell naturentfremdeten und industrialisierten Gesellschaft leidet die Verbindung ja immer so ein bisschen. Wir sind die einsamsten Menschen. Scheinbar hat das, was uns verbinden soll, das, worüber du jetzt gerade diesen Podcast hörst, uns nicht mehr verbunden, sondern irgendwie auch mehr auseinandergebracht. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Ich glaube eben nur, dass wir ein Tool brauchen, mit dem wir uns dann doch wieder mehr zu uns selbst verbinden können. Bedeutet, ich glaube, dass Psychedelika fast schon unvermeidbar sind, umso mehr wir physisch und psychisch auseinanderdriften, umso mehr brauchen wir Psychedelika. Umso mehr technischen Fortschritt, umso mehr Gemeinschaftsfortschritt brauchen wir. Es wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis Psychedelika wirklich angekommen sind und fest mit unserer Kultur verwoben sind. Also ich rechne da schon mit einigen Jahrzehnten. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Wir müssen irgendwo für unsere Überzeugung einstehen und wir müssen zeigen, dass wir glauben, dass psychedelische Substanzen nicht das sind, für was sie im Großteil der Gesellschaft eben noch gehalten werden. Und das können wir nur machen, indem wir uns zeigen, indem wir darüber sprechen, indem wir uns nicht davor scheuen, zu unseren Eltern zu sagen, dass wir hier eine Erfahrung gemacht haben und ihnen erzählen, wie viel das uns gebracht hat, indem wir uns nicht davor scheuen, öffentlich über solche Erfahrungen zu sprechen. Indem wir uns nicht dafür scheuen, dass Psychedelika kein Teufelszeug sind, sondern mächtige Werkzeuge für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist das, worauf wir von Set & Setting hinarbeiten und das ist auch unsere große Mission und Vision, die Psychedelik auf diese Weise in die Welt zu bringen. Nämlich nicht auf die Weise, dass wir einfach nur konsumieren und wir verfallen in einen Rausch und Grasbohr, sondern in die Verwendung dieser Substanzen mit viel Intention, mit Verantwortungsbewusstsein, mit Struktur und mit Sicherheit. Das ist genau das, was wir verbreiten möchten. So, Paul, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und ich würde sagen, mit dieser vierten Frage beenden wir jetzt auch mal diese Sol-Episode des Set & Setting Podcast. Das hat mir auf jeden Fall jetzt mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich konnte einfach nur labern. Geil. Bei meinen Podcast-Gästen ist es natürlich so, dass ich sie auch viel sprechen lassen möchte. Und da tut es mir auch mal ganz gut, einfach nur labern zu können. Ihr wisst ja, ich rede gerne über dieses Thema. Ich meine, wenn es ein Thema gibt, über das ich gerne spreche, dann ist es Psychedelika, Bewusstsein und Spiritualität. Es wäre cool, wenn ihr mir vielleicht auch ein bisschen Feedback geben könntet, was ihr denn von solchen Solo-Episoden haltet. Weil bei der letzten Episode habe ich gesehen, die wurde nicht so oft angehört wie jetzt andere Episoden. Deshalb die Frage, wollt ihr sowas? Und wenn ihr es nicht wollt, dann schreibt mir das bitte auch. Weil sonst kriege ich vielleicht nur Nachrichten, dass das gut ist, aber keine, die sagt, dass es nicht gut ist, weil die Leute denken, das habe ich jetzt nicht gefragt. Deswegen, wenn ihr auch denkt, dass ihr eigentlich nur Interviews wollt mit anderen Gästen, dann lasst mich das auch wissen. Ja, und ich danke dir jetzt wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir diese Episode angehört hast und hoffe, ich konnte dich hier in irgendeiner Weise inspirieren, dir weiterhelfen, neues Wissen vermitteln und einen Mehrwert schaffen. Denn damit hätte ich mein Ziel schon erreicht. So, und jetzt verabschiede ich mich. Viele Grüße aus Portugal, euer Jascha von Set & Setting und wir sehen uns beim nächsten Podcast, YouTube-Video oder wo auch immer. Ciao.